Mit Justice League startet am Donnerstag das Kino-Highlight der Woche. In dem neuen Film von Regisseur Zack Snyder erwartet die Fans des DC-Comic-Universums gleich eine ganze Superhelden-Allianz. Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und The Flash vereint im Kampf gegen das Böse. Nachdem sich Superman im Kampf gegen das Ungetüm Doomsday geopfert hat, um das Erdenvolk zu retten, findet Bruce Wayne alias Batman zurück zum Glauben an die Menschheit. Inspiriert von Supermans selbstloser Tat, bittet er seine neue Verbündete, Diana Prince, auch bekannt als Wonder Woman, ihm zu helfen, einen noch größeren Feind zu besiegen. Gemeinsam versuchen die beiden ein Team aus Meta-Menschen zu rekrutieren und werden mit Aquaman, Cyborg und The Flash fündig, um gegen die neue Bedrohung in Form von Steppenwolf, ein Abgesandter des außerirdischen Tyrannen Darkseid, zu kämpfen. In der mit 121 Minuten wohl bislang kürzesten DC-Verfilmung sind unter anderem Ben Affleck und Gail Gadot dabei. Ebenfalls am Donnerstag wird es mit Happy Death Day so richtig gruselig. Im neuen Film von den Produzenten von The Purge wird ein junges Mädchen an ihrem Geburtstag von einem Maskierten getötet und durchlebt diesen Tag immer wieder erneut. Ähnlich wie im Klassiker und täglich grüßt das Murmeltier verwandelt sich für die junge Studentin Tree ein Tag zu einem immer wiederkehrenden Albtraum. Jeden Tag wacht Tree auf, nur um feststellen zu müssen, dass sich ihr Geburtstag und somit auch ihr Todestag exakt wiederholt. Immer wieder aufs Neue muss Tree nun diesen schrecklichen Tag ihres Todes durchleben und versuchen der Bedrohung durch den mysteriösen Fremden zu entkommen. Am Freitag startet dann The Recall. Die fünf Freunde Brandon, Charlie, Rob, Cara und Annie fahren gemeinsam auf einen gemütlichen Wochenendtrip in den Wald. In einer verlassenen Hütte quartieren sie sich ein und wollen es sich ein paar Tage lang gut gehen lassen. Allerdings macht ihnen schon bald ein Pack feindseliger Außerirdischer einen Strich durch die Rechnung. Die landen nämlich ausgerechnet in der Nähe ihrer Hütte und wollen die Erde angreifen. Die Fünfergruppe bereitet sich auf einen Kampf ums Überleben vor und erhält dabei von einem schwer bewaffneten Jäger, gespielt von Wesley Snipes, Unterstützung. Der hat ganz nebenbei ohnehin noch eine Rechnung mit den fiesen Aliens offen. Der hat ganz nebenbei ohnehin noch eine Rechnung.